Wer kennt es nicht? Der Akku des Handys ist mal wieder leer und vom Ladekabel ist weit und breit nichts zu sehen. Und sollte man es dann doch endlich gefunden haben, ist das verflixte Kabel auch noch verknotet. Doch Hilfe ist bereits unterwegs. Beim drahtlosen Akkuladen muss das Handy nur noch auf die Ladefläche gelegt werden. Doch wie genau funktioniert das drahtlose Akkuladen? In das Ladegerät wurde eine elektrische Spule eingebaut, durch die elektrischer Strom fließt. Der Strom wird anschließend in ein Magnetfeld umgewandelt. So eine elektrische Spule wurde ebenfalls in das Handy eingesetzt. Sobald es sich in der Nähe des Magnetfelds befindet, fließt auch durch diese Spule Strom und wird direkt in den Akku geleitet. Allerdings sind nicht alle Handys für diese Ladeform ausgestattet. Daher gibt es die Möglichkeit, sein Handy mit einer speziellen Hülle mit eingebautem Energieträger auszurüsten. Solche Ladeflächen werden derzeit immer häufiger in Tischen, Lampen, Regalen und Fahrzeugen eingebaut. Dennoch sollte beachtet werden, dass das Akkuladen hierbei länger dauert als mit dem Kabel und mehr Strom verbraucht. Außerdem ist die Reichweite des Magnetfeldes noch sehr gering, denn aktuell darf das Handy nur ein paar Zentimeter von der Ladefläche entfernt sein. Musik 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 Musik